Ja? Hallo? Ja? Was? Nein, das kann nicht sein. Bitte nicht. Was? Lass mich. Nein. Das ist auch kein Witz. Nein. Nein. Nein, das ist auch kein Witz. Nein. Wie ist es passiert? Gestern. Aber ich habe doch nicht noch gestern gesehen. Nein. Wir haben doch noch geredet. Was? Ja. Die Ärzte haben doch gesagt, jetzt ist alles gut. Ein Herzinfarkt. Ja, ich habe gedacht, es ist alles gut. Die haben wieder untersucht. Scheiße, ich kann es dir sagen. Ich kann es dir sagen. Ich kann es dir sagen. Das war eine kurze Infektionsfreude, schau mal, es hat euch gefallen.